Guten Abend miteinander. Was auf den Feldern wächst, tief unter dem Boden, das ist für Ihre Ernährung Gold wert. Es sind Herr Töpfel. Sie geben uns lebenswichtige Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine. 200 Gramm, Herr Töpfel, decken schon die Hälfte des Tagesbedarfs an Vitamin C. Und GOP hat für jeden Bedarf das richtige Angebot zu den gewohnt günstigen GOP-Preisen. Die Binti Brot, Herr Töpfeli, an 1 Kilo, sind ein besonders guter Tipp für unsere Radklebfreunde. Die Urgenta, aber auch die Binti, gibt es bei GOP jetzt in diesen praktischen Tragtaschen zu zweieinhalb und fünf Kilo. Und was da so lustig brutzelt, das ist eine richtige Käserrösti. Für vier Personen, da braucht es etwa anderthalb Kilo geschwellte Urgenta, Herr Töpfel. Dann anderthalb Esslöffel eingesottene Butter. 80 Gramm in Scheibe geschnittenen Greyerzerkäse. Und 100 Gramm Speckwürfeli. Probieren Sie doch die wehrschaffte Käserrösti. Und weil wir jetzt gerade beim Kochen sind, bei GOP finden Sie eine grosse Auswahl an verschiedenen Pfannen. Zu Preisen, die für die Qualitätsleistung einmalig sind. Die Ebra-Pfanne zum Beispiel, die hat die Antihaftbeschichtung Teflon Silverstone. Sie ist 50% stärker als alle anderen und darum auch widerstandsfähiger gegen das Verkratzen. Die qualitativ hochwertigen Pfannen gibt es bei GOP in drei verschiedenen Grössen und mit einem Jahr Garantie. Etwas ganz Problemloses sind die Pfannen aus Wehrschaften im Chrom-Nickel-Stall. Sie haben einen schweren Aluminium-Boden und eignen sich darum für Gas und elektrisch. Und sie sind geprüft vom SIH, also vom Schweizerischen Institut für Hauswirtschaft. Die einmaligen Pfannenangebote von GOP finden Sie überall, wo diese Plakate hängen. Und jetzt habe ich Ihnen noch einen guten Tipp für Sauberkeit in der Küche. Die bewährten Küchereiniger von Scotch-Sprite. Bei GOP gibt es jetzt besonders günstig den sanften Scotch-Sprite für Chrom und Teflon mit der weissen Reinigungssite, die garantiert nicht kratzt. Oder den besonders kraftvollen Scotch-Sprite-Küchereiniger mit der grünen Reinigungssite, der empfährt auch hartnäckigen Schmutz im Null. Profitieren Sie morgen von den Scotch-Sprite-Angeboten Ihrem GOP-Laden? Ja, apropos GOP-Laden, da habe ich gerade noch eine wichtige Mitteilung für alle Einwohner von Bäromünster und Umgebung. Morgen Morgen am 9 Uhr geht in Bäromünster ein neuer GOP-Laden auf mit Artikeln für den täglichen Gebrauch. Sie sehen, GOP sorgen nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land immer wieder für neue Einkaufsmöglichkeiten. Ja, und jetzt danken wir für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Die Pfannen, die wir Ihnen gerade vorgestellt haben, gibt es jetzt besonders günstig. Die Inox-Pfannen, je nach Grösse, zwischen 13 bis 23 Franken und die Bra-Pfannen zwischen 11 und 16 Franken. Und bis am nächsten Dienstag 550 Gramm Inkarom im Nachfüllbeutel statt 9,25 nur 7,70 und 200 Gramm Brasil statt 6,50 nur 5,20. Zwei Rollen Schoko-Twin von Arni nur 2,80 und zwei Päckchen Kambli-Bretzeli nur 2,60. Ausländischer Racklekäse in Scheiben per Kilo nur 12,90 und in Bröcke per Kilo nur 11,90. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag 5 Kilo Multiniaxa statt 16,50 nur 14,50 und 4 Liter Comfort statt 38,50 nur 6,50. 10 Spreinägelchen kosten bei Coop nur 3,90. Bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.